Was geht YouTube? Und viele von euch haben sich mal wieder eine Runde Black Ops 2 gewünscht. Da dachte ich mir, lasse ich mich natürlich nicht lumpen, ich habe selber Bock. Aber es gibt heute was Feines und zwar, ihr kennt ja sicherlich alle den Code Skorpchen, bei dem ihr 5% auf Scuff Controller sparen könnt. Das ist zum Beispiel hier der Boots on the Ground Scuff Controller. Und Scuff hat mich gefragt, ob ich heute mal meine Hände etwas filmen möchte. Das habe ich noch nie gemacht. Ich habe noch nie Controller Cam gehabt, außer bei zwei Schwitzer, ein Controller damals. Aber noch nie Solo. Deswegen einfach mal ein bisschen Hände auf den Tisch gepackt. Mega unnatürliche Körperhaltung für mich. Normalerweise zocke ich mit den Händen immer unterm Tisch, deswegen war das voll die Umgewöhnung. Aber egal Leute, ihr könnt gerne mal meinen Scuff Controller abchecken oder mit Code Skorpchen. 5% auf alle Scuff Controller sparen Leute. Und jetzt viel Spaß mit der Controller Cam und Anton das perfekte Paket. Es war ultra die lustige Session. Viel Spaß dabei. Let's go. Es gibt bei der ganzen Sache leider auch noch eine traurige Nachricht. Und zwar Black Ops 2 ist so gut wie tot Leute. Also es ist wirklich krass. Es gibt so viele Hacker. Wir sind auch in diesem Video vielen Hackern begegnet. Es gibt so wenig Lobbys. Es ist sehr sehr schade. Ich weiß nicht wie viele Black Ops 2 Videos ich noch machen werde. Locker nicht mehr so viele. Es ist ultra traurig. Aber die Lobbys und so. Das Spiel ist einfach tot. Sehr sehr schade. Trotzdem geiles Video geworden. Viel Spaß damit. Let's go. So Leute. Jetzt zeige ich euch mal ganz kurz wie man eine Nuklear macht. Wie das aussieht mit dem Controller. Hier in der Controller Cam. Anton hat schon Triple gemacht eben. Ja klar. Easy. Eine Quad Nuklear wäre jetzt angemessen aus meiner Sicht. So. Ja nice. Valerie ist wieder da. Why don't you come on over Valerie. Top Launchy. Digga ist gerade die Comp Match. Ich weiß dir. Easy Lobby Digga. Valerie komm her. Hier gibt es ein easy Side Jump. Es ist komplett Comp Battle für mich bei mir Marcel. Ja. Perfekt. Einer White Car. Komm her Digga. Ja. Ja. Alter wie viele sind bei dir? Wow. Nein. So der Taktik einstieg hier der Ehrenmann. Er ist ein richtiger Ehrenmann. Und Rauchgranate. Jetzt geht es los Digga. Guck mal ob ich den finde. Hey Marcel. Ich kassiere so hunderte Plezi von dem. Oh ja Digga. Er mit seinem Schild Digga. Der Ehrenmann. Er geht mit Tomahawk. Ich erzähle mit dem Ehrenmann. Er geht mit Tomahawk Digga. Wie ich ihm das T4 auf den Kopf geworfen. Oh. Teamate hat Orbi. Ehre Digga. Jetzt kann ich euch zeigen wie man richtig gut COD spielt. Einer Launchy habe ich. Oh du hast mich so gesaved Digga. Ach du Scheiße hast du mich gesaved. Du musst die holen kurz. Den einen zumindest. Den anderen habe ich eingeschossen. Ja beide. Alle bei Digga ist round. Er wird C4 Digga bitte. Nur noch Gott kann mir jetzt helfen Digga. Warte er lebt noch. Ja ich habe es überlebt. Warte lass mich den mit RPG holen. Digga hol ihn. Er ist weak. Ja ich hole ihn. Digga das war so geil brutal aus. Lass mich den holen. Lass mich den holen. Safe? Ja ja das ist meiner Digga. Er ist gedodged. Oh der Attack geblasht. Er ist nicht geholt. Was? Er spawned nicht. Auf einmal ist er raus. Titty Digga. Mann Titty ist ernst gefährlich. Oh ich bin weak. Digga du bist gestorben durch den. Ich komme nicht klar Digga. Er hat dich getötet. Digga ich laufe hier so rum. So unlucky ist das. Ja ich habe Orbi erspielt. Ich bin so gut. Ich bin so ein guter COD Spieler. Er versucht mir Tomahawk zu geben. Oh. Bruder. Die haben echt nicht schlecht geaimt. Ja ich habe ihn so gesprengt. Nice. Er wird sich sofort umdrehen. Ich wusste es. Er hat Tomahawk. Jo. Ich habe gnadenlos Anton. Das war das langsamste Gnadenlos meines Lebens Digga. Ich freue mich richtig es anzuschauen. Ja Digga ich bin so tot. Ist hier noch einer? Ne er ist weg. Wo sind die denn alle? Alle bei 10. Oh alle hinten in die Garage Digga. Garage. Nein Digga. Oh ich lebe noch Digga. Alle Garage. Alle Garage. Alle Garage. Ich bin ripped. Ich brauche Hilfe Digga. Antwort bitte. Oh nein nein. Oh ich habe. Genau wie habe ich den Buzz gated. Ich habe den Red. Ich habe den Red. Alles gut. Ja nein Digga. Ich kriege. Ich habe Lee Set Digga. Du kannst dir Zeit lassen. Du kannst. Okay Digga ich werde. Fertig Digga. Digga wieder gesprengt wurde ich. Ich kann nicht mehr. 3 2 1. Was? Ey es macht so Spaß gell. Digga ich glaube ich fall out of map. Ich habe so lange. Oh mein Gott Marcel. Du bist stolz auf mich sein. Dein Streak ist so langsam an. Ich mache jetzt die Nuklear wirklich Digga. Mit Controller Kerr. Welche Streak hast du? 14? Ja so ungefähr. Ja ich auch. Und du hast noch Wieset. Ja Wieset. EMP alles. Hä du machst. Was machst du denn? Der Sniper. Du glaubst nicht wie er mich gesniped hat. Ich wusste es war. Ja Digga das war so lustig. Was Digga das juckt ihn nicht. Wir haben exakt gleichen Lauf Digga Marcel. Ja natürlich Digga. Ey wir sind gleichzeitig hochgeklettert. Digga ich bin runtergefallen. Digga ich komm nicht hoch. Du hast mich geblockt Digga. Ey das war so lustig. Das ist wie ein typischer Anton Szene gewesen. Ey warum? Digga ich konnte nicht hochklettert. Du hast mich geblockt. Das musst du in meinem Video sehen Digga. Das glaubst du nicht. Achso. In meiner Perspektive sah es aus. So ob wir gleichzeitig hochklettern beide. Boah Digga. Nein unter mir. Nein. Underground Brite. Wow. Alter. Ich hab echt stabiles Aim Digga. Aber was willst du machen hier gegen Hacker? Eine Triple Clare machen wir was. Aber jetzt hab ich die mal richtig gut vergewaltigt. Ja ich auch. Spawn durch andere Seite gleich wieder oder? Ich glaub den anderen was hören. Einer kommt hier. Boah. Fast. Er ist erlebt. Er lebt noch hier. Ich weiß auf wen Digga. Komm weiter ins Haus. Ja ich glaub hier. Digga wie frech die in Zephyr hier werfen. Zwei Stück sogar. Ah er holt mich sogar noch. Wow Digga. Geil wie du EMP reingedrückt hast. Er hat so geschmeckt der EMP. Immer noch hier. Alter Marcel. Bro die schwitzen ja als ob wir. Keine Ahnung was. So Digga 20.000 Lifetime Zuschauer hätten. Digga. Marcel. So wie klasse diese. Ich stell mir vor es hat damals so bezahlte Subscriber gegeben. Als wir so 24 Stunden Stream hatten. Ja da gab es da echt noch nicht. Boah Digga. Ist eigentlich so ein Subscriber gemacht? In einem Subscriber. 24 Stunden Stream. Boah Digga. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. So viel. War jetzt ganz nice. Boah. Ja. Let's go man. So das ist jetzt eigentlich das safe Gameplay. Geil wie ich geblockt wurde. Kann man hier eigentlich drüber klettern? Ne. Das wäre key. Er macht es so ernst bitte. Warte warte. Der kriegt jetzt erst mal 24. Wupp. Ja er hat Hitmarker gekriegt. Das ist unglaublich. Hinter mir. Hinter mir schon. Open Stairs und Kitchen überall alter. Einen hab ich geholt. So ein Rastus. Mein Aim ist aber langsam echt gut Digga ne. Ich hätte eigentlich alles. Bei mir geht. Bei mir ist halt das Ding. dass ich halt auf dem Tisch immer noch spiele ne. Ne. Ich hab unten jetzt. Ich hab unten jetzt. Das ist ein Ehrenmann. Ich hab gerade so wie 2013 die Klage sichert. Wo ist er? Da. Da ist noch einer. Der ist hier oben. Hab ich. Ey grad macht's. Oh Digga. Anton. Ich bin der Beste. Oh mein Gott Marcel. Das musst du sehen. Was für ein Muffin der Hand ist. Ciao. Leben Digga. Marcel er hat so ein Muff gemacht. Ich hab das noch nie gesehen. Ich weiß. Ich war eben alles. Warte ich hab gleich Orbi chill out dog. Ich hab Orbi schon chill. Warte ich auch gleich Orbi Digga. Das wird die Nuklear jetzt Digga. Das wird sie einfach. Bruder es ist nicht so einfach. Wenn der Typ wieder so Dropshotte wie gegen mich. Digga du wirst so Lachflash kriegen. Nein. Ich hab Gnadenlust Digga. Ich auch. Das ist das Gameflash. Nee einfach. Das ist es. Noch einen. Jetzt Chippe. Ich kann mich nicht konzentrieren. Ey grad geht's von dem Fall echt so ab. Ich hab ganz nur Chippen. Ja schade. Ich hab's Kumpelhut. Meins. Nein. Kommt einer Kitschen. Oh Digga ich werd so campen. Ganz viele Kitschen. Drei Stück. Ich muss dodgen. Ich muss dodgen. Helf mir. Helf mir. Einen hab ich. Ich hab zwei Digga. Oh. Alter. Wie mach ich dich jetzt Digga. Du kannst es Digga. Du kannst es. Aber ich dodge hier mein Leben Digga. Nein Digga. Er stirbt nicht. Digga. Hast du ihn? Ich kann nicht mehr was sagen. Ich muss auch nicht. Lachen. Digga. Ja. Den hol ich mir hier. Das ist gut. Ich hab auch noch 21er Street. Oh. Der Spitzkühne hat alles gegeben. Ich hab Orbi. Ich hab Orbi. Ich hab. Ich hab. Ich hab gleich Nuklear. Ich hab Orbi rausgehauen. Hör mal auf Digga. Bitte. Nein. Er hat mich. Der Spitzkühne. Du sollst meine Flagge sichern. Ich bin down Digga. Der Spitzkühne ist der Beste. Ich hab echt grad ein bisschen Angst. Oh. Die Runde ist geil Digga. Die Runde rettet das Video. Ich hab leider meine Controller Cam nicht mehr. Oh Digga. Ich hab brutal Marcel jetzt ohne Scheiß. Nice Digga. Ich hoffe dass du dem Spitzkühne nochmal begegnest. Der wird dich nochmal auf ne letzte harte Vorbestellen anfangen. Diese eine Michael Digga. Ohne Mist. Oh Gott. Ich bin fast tot. Warte ich helfe dir. Ich helfe dir. Weg weg weg. Junge Alter. Ich hab Orbi raus. Du schaffst die Nuklear Digga. Da sind glaube ich noch mehr Noobs angeschlossen. Bin mir nicht ganz sicher. Das ist auf jeden Fall die einzig gute Lobby. die man 2019 kriegen wird. Ich hab Nuklear. Nice. Mach kurz Orbi Fresh. Hast du noch Orbi? Ne. Ach scheiße ich mach einen Fresh. Sauer eh nicht wie lang. Junge Mann Marcel. Das ist Gott. Alter. Digga wie er ernst macht. Oh mein Gott wie ernst er macht. Ich hab Orbi. Ich hab Orbi Fresh. Ich hab Orbi Fresh. Digga weißt du niedrig die Wahrscheinlichkeit. Ah egal. Okay du hast Orbi. Michael. Michael. Das war klar was er mich holen muss. Hau nicht mehr raus in der Halbzeit oder? Oder bist du noch auf dem Streak? Ja okay. Ich bin noch richtig nicer Streak. Ich hau raus. Okay. Oh er macht so ernst. Jack Digga Jack. Spieler Digga. Kasi so viel. Ich hab gleich wieder. Digga du kriegst kein Orbi hin ne? Ich sweate grad meinen Arsch so voll. Er hackt so heftig das Splitscreener. Er hat so Free Fire gegeben. Unlucky Digga. Mach dein Shit alleine Bruder. Hier noch einer unten. Okay. Ich hab. Ich hab wieder Skrupellos. Ah double nuclear fake. Kann ich jetzt schon mal safe. Wenn die Schrift. Nein. Die Halbzeit hat mich so gesaved Anton. Das war der krasseste Save der Welt. So warte. Ich bin eins vor Orbi Anton. Eins vor Orbi. Ich muss nur lachen. Ich bin 50 Punkte vor Orbi. 50 Punkte vor. Ja aber auf jeden Fall kein Schuss. Ver-aimt auf meiner Nuke Street. Ich hab auch nicht. Nice Digga. Ich? Das war sogar richtig, richtig big. Nein der Typ. Das ist der Hacker. Das ist der Hacker. Wo ist denn der Hacker? Soll ich dir helfen damit? Naja alles gut. Das ist der Hacker. Ja der Hacker ist da. Man sieht ihn genau. Wenn er pre-fired. Er pre-fired so hart um seine Mutters Ehre. Naja Digga. Der Split-Screener hackt aber das ist gut. Er sieht eigentlich nichts. Da ist wieder der Open-Stairs ist der Hacker. Ich challenge ihn. Er ist weak. Er ist weak. Ich hab unnachgiebig. Schön. Basketball ist einer. Ähm AFK. Ich hol ihn. Ja man. Ehre. Das war lecker oder? Ja Digga sehr lecker. Ja Split-Screener ist mit einer Kugel down. Boah der geht glaube ich hoch hier. Wenn ich mir das richtig gemerkt hab. Ja weil der hat natürlich jetzt zu viel überlebt. Ich hab Orbi rausgehauen. Ich gönne mir kurz ein Skillkill. Aber jetzt wird's lustig. Jetzt wird's lustig. Boah ich muss mich ernst anstrengen für den. Oh ich hab ihn. Ich hab Jake. Ich bin hinter dem einen Gym. Der ist doch da oben noch. Hä? Alter wie lange wurde er noch angezeigt? Ja Digga wir haben doch nur. Warum spawnen die nicht? Was machen die Gegner? Wir haben voll wenig Gegner Digga. Ja ich mach grad meine Streak gegen AFK Leute. Ja man. Das macht gar nicht Spaß. Ich hab Orbi rausgehauen. Aber ich hab gleich brutal glaube ich. Ja jetzt gleich. Nein Mann Teammate lass mich. Mann Teammate. Mein Teammate klaut mir die ganze Zeit Kills Digga. Oh mein Gott ich muss mich grad echt anstrengen für den Kill. Holy Shit. Power EMP raus was er. Oh mein Gott das war so close. Ich hab brutal. Nice. Digga der Hacker der Hacker der Hacker. Der Hacker der Hacker ist hier. Einer Laundry. Einer Laundry. Zwei Laundry. Nein Anton das ist so lustig was hier passiert Digga das ist so geil. Ich auch wenn ich jetzt sterbe ne. Junge. Du brauchst ein paar Kills gell. Sag wenn ich dir was lassen soll. Nein. Pool 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 Pool. Er hat gibt's so umsonst. Hast du Orbi? Ja. Ich bin so one shot das ist so krass Digga. Ich hab dich hol den. Hol den Habbi. Der Hacker das ist so heftig. Habe ich den Hacker geholt der dich behindert hat. Jaja. So warte. Vielleicht schaffe ich die Nuklear. Digga der Teammate hier der fuckt mich so heftig ab. Digga ich krieg keine Kills mehr. Ich hab seit 20 Minuten kein Kill mehr gemacht. Krieg ich den? Erde? Jawoll. Es war so zu sparsam. Marsha. Ich schaff's nicht Digga. Ich schaff's nicht. Hol du den Rächt nicht am Axel. Nein ich bin tot. Der hat mich gesnipert der Hacker Digga. Hattest du dich echt geholt oder was? Egal die Runde ist geil Digga das ist lustig. Digga das habe ich dich geholt hat Marshael ich glaub's nicht. Ich hätt's eh nicht geschafft. Glaub mir ich hätt's nicht geschafft. Ich hatte so Angst ihn zu challengen gell. Barca Digga. Lass mir mal bitte die Kills. Barca. Ich hab gleich Double Warte mal bitte. Mach die Double klar come on. Okay Leute ihr könnt schon mal ein Like da lassen. Checkt Antons Video auch ab. Link ist in der Videobeschreibung. Er hat ein Taktiker entstieg. Lass mir den Kill. Random. Nein er klaut mir den Kill. Braucht noch 1-2 Kills Marshael. Warte lass mir. Lass mir. Stairs. Kill den schnell kill den schnell. Ja das ist der Hacker Digga. Der macht richtig ernst. Ja ich muss ihn challengen Digga. Ich muss ihn challengen. Dodging. Dodging. Dodging damit er sich umdreht. Warte warte ich hab ihn gleich. Nuclear. Double nuclear. Oh Ehre Digga. Jawoll. Double nuclear 2019 ist heftig Digga. Ohne Scheiß. Danke. 看一下.